Musik Kann ich bitte mit dem Apotheker sprechen? Kann ich bitte mit dem Apotheker sprechen? Sie brauchen zuerst eine Diagnose vom Arzt. Wenn es nach einer Woche nicht weg ist, sollten Sie zum Arzt gehen. Wenn es nach einer Woche nicht weg ist, sollten Sie zum Arzt gehen. Ich will jemandem mir eine Spritze geben. Ich will jemandem mir eine Spritze geben. Das gibt es nur auf Rezept. Das gibt es nur auf Rezept. Das Medikament kannst du ohne Rezept nicht kaufen. Meine Nebenwirkungen sind Kopfschmerzen und Halsschmerzen. Meine Nebenwirkungen sind Kopfschmerzen und Halsschmerzen. Diese Medizin hat keine Nebenwirkungen. Diese Medizin hat keine Nebenwirkungen. Mein Blutdruck ist niedrig. Mein Blutdruck ist niedrig. Ich will nur meinen Blutdruck messen. Ich will nur meinen Blutdruck messen. Welche Symptome sind dir aufgefallen? Welche Symptome sind dir aufgefallen? Was für Symptome haben Sie? Was für Symptome haben Sie? Ich habe keine Krankenversicherung. Ich habe keine Krankenversicherung. Ich werde selbst bezahlen. Ich bin nur dem Rezept gefolgt. Ich bin nur dem Rezept gefolgt. Ich will kurz aus dem Rezept gefolgt. Haben Sie etwas gegen den Husten. Haben Sie etwas gegen den Husten? Haben Sie etwas gegen den Husten? Haben Sie etwas gegen den Husten? Die Ergebnisse waren negativ. Ich hätte gerne Zahnpasta. Ich hätte gerne Zahnpasta. Ich habe ein Rezept. Haben Sie etwas gegen Kopfschmerzen? Ich brauche etwas gegen rissige Lippen. Ich brauche etwas gegen rissige Lippen. Das Medikament kann Sie schliefrig machen. Das Medikament kann Sie schliefrig machen. Können Sie etwas gegen eine Erkältung empfehlen? Können Sie etwas gegen eine Erkältung empfehlen? Ich brauche etwas gegen Durchfall. Ich brauche etwas gegen Durchfall. Nicht vergessen, die Beibackzettel zu lesen. Nicht vergessen, die Beibackzettel zu lesen. Ich bin allergisch gegen Milch. 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 Das Rezept. Die Slip-Einlage. Die Spritze. Die Spritze. Die Spritze. Die Medizin. Die Protzen. Die Tropfen. Die Tropfen. Blutgruppe Die Grippe Das Niesen Das Fieber Der Husten Die Salbe Die Tablette Der Appetit Die Gesundheit Die Gesundheit Das Erbrechen Das Erbrechen Die Krankenversicherung Die Krankenversicherung Die Allergie Die Diagnose Die Diagnose Die Diagnose Die Diagnose Die Diagnose Bis zum nächsten Mal.